Ich habe einfach bemerkt, dass die Musik in mir irgendwo in meinem Körper so stark vorhanden ist, dass ich keine andere Wahl habe. Und ich bin darauf gekommen mit jungen Jahren, dass ich einfach diesen Drang habe, mich irgendwie so auszudrücken. Ich mache Musik. Und das nicht nur, weil ich jetzt dieses Image haben will, das ist ja der, der Musik macht, sondern ich liebe das wirklich. Bei so viel Oberflächlichkeit ist es doch klar. Ich habe auch früh bemerkt, dass auch Tanzen in mir schon so brennt. Es ist einfach wirklich der ganze Körper, der mitspielt. Es war ein Ventil, um Aggression loszuwerden, aber es war auch die Lebensfreude und Euphorie des Bewegens. Wenn wir jetzt über Musical und die Musik sprechen, das sind für mich zwei verschiedene Welten. Ich kann auch nicht sagen, dass ich nur fürs Musical gemacht bin und auch nicht nur für die Musik.